Ich hab nix, ich hab nix, ich hab nur ein paar Bären. Okay, warte, warte, ja, warte, stopp, stopp, ich gib's dir das, warte. Hast du verwandt, Mocchio? Mocchio. Ich bin mein, ich bin, warte, warte, stopp, ich bin mein... Okay, mach da auf die Falsch, mach da auf die Falsch, hast du Bandagen? Achter, ich hab nix, ah, ah, ich hab nur Klamottenfetzen, Paar. Ja, lauf mal runter zum Weg. Hast du noch Bandagen, hab ich gefragt. Nur Fetzen von Klamotten zum Verbinden, glaub ich. Ja, warte, komm mal hier, links, ich leg's dir in die Bandagen hin. Hier auf die Falsch bin, die Bandagen. Jo. Ein Deutscher ist hier, ein Deutscher. Bis dahin. Ich werde die Insel laufen, dann kann ich den Fütter gehen, danke Ja, ich kann nur Fütter gehen, wenn die Bette ist, eher was sie kriegen Trinken habe ich noch nichts Ja, du hast dich Fleisch und machst du trinken Cool, das ist nett Ne, ich habe erst wieder vor 10 Minuten angefangen oder so, ich habe nur einen Bogen Ich habe nur noch Wasser abkaufen können, dann hätten wir Wasser abkaufen können Wie lange spielst du denn schon? Jetzt oder allgemein? Allgemein Seit Freitag Ja, also wie gesagt, ich spiele mit meinem Kumpel zusammen, mit meinen beiden Wir bauen uns auf jeden Fall auf, also wenn du später noch etwas Zeit hast, kannst du auch mal herkommen Oder spielst du auch mit dem Feuer zusammen? Ne, ich habe noch keine Kollegen hier Na, diese linke Seite fühlt sich über der Umbau mal ins Lager aus Hast du PS? Ja Na, heute noch nicht, ähm, kann ich dich hier bei Steam adden? Äh, ja, dann Äh, über Steam adden Ich hab'n Ich hab'n Und sorry für den Angriff, ich hab'n Kumpel, äh, so Ich hab'n Kumpel erschossen, wir waren in der Nähe Ich glaube, du weißt das Ne, ich hab'n hier noch niemandem was angetan Ich, ähm, hab'n eben auch'n Respawn gehabt, weil ich schon kalt gemacht wurde Ja, ja, mein Kumpel wurde auch gar kalt gemacht Und deswegen dachte ich, dass du, weil du hier an mir bist, dass du das weißt Ne, ich bin in der Regel ein ganz friedlicher Kerl Ja, die eigentlich auch, ne, die wurden erschossen, das war, äh, die er wurden erschossen Ja, ich war sonst auch nur auf Server, wo die Menschen sich noch nicht gegenseitig killen konnten War jetzt mein erstes Mal, so wollte die Maus spielen Ja, wie gesagt, wenn du Dock hast, äh, Zeitmasch hast du mal die kleinen Verbeischüttern bei uns Dann können wir für alles zu viel aufbauen, das ist ja auch noch besser Jo Ja, wir sind immer wieder in der Stadt, du weißt ja, wie das wird, Ranchers, äh, Geno oder so, was dir hier, irgendwie, keine Ahnung Ich verstehe dich hier ein bisschen schlecht Weil er hat gesagt, die, wenn wir in Berlin nachher, äh, die Tage ja Bock hast, die beiden gehen aus der Stadt hier Dann kann es immer zur Stadt herkommen Jo So, ich werde mal weiter, ich muss noch ein bisschen was verpacken, ich sage mal wie später Wenn wir eigentlich noch viermal sind, dann können wir trotzdem nochmal in der Stadt sprechen, später oder die Tage Okay Gute viel Spaß Wünsche ich auch, möge die Macht mit dir sein Okay Ich habe kaum was verstanden Aber war geil, so Ich muss mal kurz was ausprobieren, Leute Ich muss mal kurz was ausprobieren Und zwar Kann ich hier sehen Wer im Spiel ist, das war doch sonst immer so Community Tasten, Kürze, Screenshots, Einstellung Musik, Webbrowser Freunde anzeigen Oh, das Spiel ist dann 51 Minuten, derzeitiges Spiel Ähm, H1Z1 Map Freunde hinzufügen Dann suchen wir mal Dann suchen wir mal A1 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 war das, ne Scheiße Nichts gefunden Na egal Ich gehe nochmal da hinten hin Ich muss mal ein paar Bären essen Ich muss mal hinlaufen Seinen Namen nochmal gucken Wie er heißt Oh, das Steak Das ist sogar schon ein Steak Das ist sogar schon fertig Geil Aber kalt Da muss ich ein kaltes Steak essen So So, das reicht erstmal Wir haben gerade gesagt, mit links ist ein Lager oder so Links ist ein Lager Achso, das, oh, das Wasser ist auch gereinigt Alter Alter, ist das ein netter Kerl Ist das ein netter Kerl? Nein, so Spaß muss sein Bandage hat er mir gegeben Was ist ein Bundle of, ähm Severus Rimes of Gauss Das hat keine Bleeding, okay So, jetzt wird's dunkel Oh, da ist ein Reh So, ich könnte aber mal ein Messer gebrauchen Irgendwo links Hat er doch gesagt Links auf dem Bärsch oder so Wo kann ich mich jetzt am besten hinsetzen, um das Spiel zu beenden? Ich möchte gleich erstmal Feierabend machen, damit ich nochmal Ein normales Let's Play schnüppeln kann Ein normales bearbeiten kann, oder aber sogar schon diese Folge, beziehungsweise zwei, weil eine Stunde hochladen glaube ich nicht dann lieber eine halbe Stunde Das ist mir ganz schön, ooooh Schön Das ist mir ganz schön, ooooh Da ist ein Zombie Ah, ich hab nur noch 10 Ich hab nur noch 10 Ich hab nur noch 10 Glaub ich Aber den Kerl, den hab ich echt schlecht verstanden Ich weiß nicht, ob das hier allgemein so ist, dass... Jetzt sind hier so viele Tiere Und ich habe kein Messer und keine Axt Ein paar Blackberries essen Ein paar Handys essen Ich hab nur noch Hier sind Zombies, ich höre Zombies Jetzt habe ich zwei Flaschen Wasser, geil! So, die eine ist mit sauberen Wasser, die andere, das ist kein Dirty Water, was heißt ein Stagnant nochmal? Keine Ahnung Jedenfalls nicht dirty, aber auch nicht so gesund, so wie hier Ja, kann mir noch ein bisschen Schaden zufügen So, ich hatte gehofft, ich kann hier Ist hier die Luft rein? Ist wieder coole Musik jetzt Oh, da ist noch ein Zombie Ich wollte hier eigentlich gucken, dass ich irgendwo ins obere Stockwerk komme Kann ich den Pfeil wieder rausziehen? Ja Und da sind sie Da kann ich hoch Ich habe so eine Angst vor anderen Menschen hier, weil er ja auch sagte, dass sein Kollege auch getötet wurde Das heißt, hier rennt ein Psychopath rum Hier rennt ein Psychopath rum Scheiße Scheiße Ist das ein Zombie-Geräusch? Oder vom Menschen Oder vom Menschen Gott Ich nehme mal eine Nahkampfwaffe Ein Stock Oh, jetzt eine Pistole haben mit ein paar Schuss Dann würden mich die Leute wahrscheinlich Nicht angreifen Ach ja, so gibt es doch nichts zu holen, oder? Ach ja, so gibt es doch nichts zu holen, oder? Kein Rucksack Die letzten Male, als ich nicht aufgenommen habe, habe ich immer so schnell einen Rucksack gefunden Und jetzt nichts Kühlschrank hier oben Kühlschrank hier oben Also das Geräusch ist ziemlich nah Das macht mir Angst Ach, scheiß auf Ist das hier ein Treppenhaus, oder so? Nee Konferenzraum Ich habe immer noch nicht mal ein neues Shirt gefunden Ich habe immer noch nicht mal ein neues Shirt gefunden Ich mache jetzt hier die Tür zu Dann mache ich die Taschenlampe aus Mich hin Ess was Aber nur Blackberries Das Steak nehme ich zum Frühstück So So, dann war's das mit der zweiten Episode im Player vs. Player, sag ich mal. Aber wir haben einen netten Verbündeten gefunden und mal schauen, wie es das nächste Mal weitergeht. Das nächste Mal werden wir viele der Gebäude hier durchsuchen, denn ich möchte immer noch eine Nahkampfwaffe finden, am besten ein Rambo-Messer oder eine Axt und einen Rucksack. Und ein T-Shirt brauche ich unbedingt mal wieder. Ja, okay Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal und wünschen mir Glück. Möge die Macht mit euch sein.